Hallo, ich bin Manuel Nau von AMF und heute präsentiere ich Ihnen unser Nullpunkt-Spannmodul in der Größe K01. Mit nur 18 mm Einbaudurchmessern ist das K01 das derzeit kleinste Spannmodul aus unserem Portfolio an Nullpunkt-Spannsystemen. Es ist sowohl in mechanischer als auch pneumatischer Ausführung erhältlich. Das Spannmodul K01 ist die einfache, flexible und vor allem kostengünstige Art, schnell und sicher zu spannen. Durch die enorme Haltekraft von 1000 Newton im Verhältnis zu der kleinen Baugröße sind in den Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebieten keine Grenzen gesetzt. Positionieren und fixieren in einem Arbeitsgang und das Beste dabei komplett werkzeuglos. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen anhand dieser Musteraufspannung. Die in das Werkstück oder Vorrichtung eingebrachten Spannhülsen werden auf das Spannmodul gesteckt. Hierbei wird der Betätigungsknopf einfach nach unten gedrückt und die Vorrichtung dabei wiederholgenau positioniert. Die Verriegelung des Spannmoduls erfolgt mechanisch über Federkraft. So können Montagevorrichtungen, Anbauteile, Verkleidungen, Elektronikkomponenten und vieles mehr in Sekundenschnelle gewechselt werden. Das K01 ist die echte Alternative zur klassischen Schraubverbindung. Es ist in mechanischer und pneumatischer Ausführung erhältlich. Letzteres eignet sich vor allem für Anwendungen im Transfer-Automationsbereich, da an der Unterseite der Wechselpalette keine Störkontur vorhanden ist. Wir bieten zwei verschiedene Arten von Spannhülsen an. Eine Nullpunktspannhülse sowie eine Ausgleichshülse, welche radial beweglich gelagert und somit Abstandstoleranzen ganz einfach ausgleicht. So können bestehende Vorrichtungen mit Indexierung ganz einfach auf Nullpunktspanntechnik umgerüstet werden. Zu den begeisterten Anwendern gehören Hersteller von Verpackungsmaschinen und Kunden aus dem Sondermaschinen, Fahrzeug und Vorrichtungsbau. Die Einsatzgebiete, vor allem in der spanlosen Bearbeitung, sind nahezu grenzenlos. Überall, wo etwas schnell gewechselt werden muss, findet das K01 seinen Einsatz. Der Kolben und das Gehäuse sind gehärtet und durch die Verwendung von rostfreiem Stahl ist auch ein Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie problemlos möglich. Überzeugen auch Sie sich von unserem kleinen Alleskönner. Sprechen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manuel Nau.